Und sind auch schon wieder da, ähm, ging es da oben noch lang? Jawoll. Was? Countdown Desk. One of the Desks from an early version of a countdown ending. Freedom Ending, this is the Freedom Ending Asset. Existed in Beta. Ja. Elysium. Erinnert... Mh, nee, ich verrate nicht an das Ende welches Spiels mich das erinnert. Vielleicht habt ihr das ja selbst noch nicht gespielt und ich möchte das betreffende Spiel wirklich nicht spoilern. Das ist nämlich eines der besten Spiele dieser Generation, ähm, meiner Meinung nach zumindest. Ich meine, da darf natürlich jeder seine ganz eigene Meinung haben, da darf man mir auch gerne widersprechen. Aber sowas ist, sowas ist wirklich cool. So eine Art, ja, Museum, ähm, der verschiedenen Stadien der Entwicklung des, des Spiels. Die Apartment-Timer. Okay. Ich gehe wieder von... Ich gehe wieder von... Ja. 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 ja, würde halt hatte Krieg gegen den Erzähler geführt man hat jedoch relativ schnell festgestellt dass es dann doch zu witzig und einfach zu on the nose, also quasi einfach zu in die Fresse war für den ja, Ton des restlichen Spiels und außerdem haben das einige wohl so interpretiert, dass es eine Parodie über Leute war, die Shooter mögen, was allerdings nicht ja, die Intention der Entwickler war ich hoffe, ich hab das jetzt einigermaßen richtig zusammengefasst natürlich sehr toll mit Tron-Linien äh, dann hier waren wir doch schon können wir da irgendwie nochmal raus? hmhm was? I don't have any friends Ja, das ist ein Skelett in dir und es gibt mehr Skelette in dieser Welt als Menschen. How is the game going? I hope it is... Ah, das war zu schnell. Congratulations. How do you type with Boxing Gloves on? Ja, okay. Typische dumme Internetfrage und selbst wenn jemand schwul ist, was... Was macht das für einen Unterschied? Also über Sexualität und Genderrollen und alles sollten wir inzwischen doch halt wirklich hinaus sein. Und trotzdem müssen wir ständig dagegen ankämpfen, weil viele Leute halt so enge Weltbilder in ihren Köpfen haben, dass es einfach nur schrecklich ist. Also wirklich, dass man nicht akzeptieren kann, dass Menschen divers sind. Dass Menschen verschiedene Geschlechter... Was weiß ich, ähm... Geschlechter, Sexualität, Berufe... Alles haben können. Hautfarbe. Schlimm, dass man sich immer mehr Gedanken über die Dinge macht, die uns unterscheiden und nicht über die, die uns verbinden. Stanley's Office. Das hat sich auch ein wenig verändert im Laufe der Zeit. Game Design Mockup. Game Design Mockup. Also das war so ein erster... Quasi Vorschlag. Hm... The Countdown Room, den haben wir doch schon gesehen. Stanley Parable? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Tja... Mal sehen, was passiert. Can you see? Can you see? Can you see how much they need one another? No. Perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the programme before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now, you'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Tja... Und wir sind schon wieder gestorben. Und jetzt? Passiert da noch was? Ist es abgestürzt? Ach, liebes Spiel. Ich weiß, dass du mein Hirn penetrieren willst. Aber... Ja. Dann warten wir einfach mal ein bisschen und gucken, was passiert. Der schwarze Bildschirm ist ja auch ganz nett. Naja. Ob da noch was passiert? Das Problem ist, ich bin mir sehr sicher, dass in sehr vielen Fällen halt wirklich Dinge passieren. Also... Wirklich, wenn man halt tatsächlich, wie das gefordert wurde, vier Stunden auf den Knopf drückt, dass dann wirklich was geschieht. Aber... Ja, vier Stunden einfach nur auf den Knopf drücken ist schon ein bisschen stupide. Also... Was natürlich der Punkt ist, den das Spiel damit machen will, ist ganz klar. Aber... Naja. Naja, naja, naja. Tja, hm... Gut. Das bringt ja nichts. Oh Gott, jetzt haben wir wieder eine ewige Ladezeit, dass diese Anfangsladezeit so ewig sein muss. Ich meine, das lädt schon eine relativ große Datenanzahl, denke ich mal. Man kann ja doch schon von Anfang an in relativ großen Räumen interagieren, aber trotzdem wäre es ganz nett, wenn das schneller gehen würde. Na, wird das noch was? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply Mr. Memo missed. Ja, vielleicht. Wie gesagt, es ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Ja, genau das wollen wir. Na ja, immaculate. Also so ein bisschen aufräumen könnte man schon. Also ganz unangetastet ist es jetzt nicht. Ähm, ja komm, wir machen es jetzt mal. Und so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Ich weiß auch schon. Gar nicht mehr, ob wir das schon gemacht haben. Ich müsste mir mal aufschreiben, was ich hier schon alles anenden und Entscheidungen gemacht habe, sonst verliere ich wahrscheinlich komplett den Überblick. Aber Stanley wollte nicht nach der Orte. Er wollte sich überfliehen und weiter nach vorne kommen. Also jetzt, um, 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 da-da-da-da. Von hier, ist, um... ... von hier. Ha! Nö, ich weigere mich. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Und gucke, ob wir den Erzähler ein wenig herausfordern können. Indem wir warten und warten. Und rumrennen. Yay! Hm? War da was? Fragile. Zerbrechlich. Hm. Oh, nein. Nein, nein, es ist auf der Seite. Mein Fehler. Ich wusste, dass das was kaputt ist. Nein, 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 nicht auf der Seite. Warum hätte ich immer gesagt, dass es auf der Seite war? Was war ich da? Es ist klar, dass... Oh, Gott, warte mal einen Moment, bitte. Jetzt, wir schauen, wir gehen nach rechts, 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 rechts. Ich würde am liebsten noch weiter warten. Hm? Nein, 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 nein. Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Du solltest noch nicht hier sein. Das ist alles ein spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay, 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 okay. Wir haben einfach zu... Oh, am ich zufrieden? Es ist alles verraten. Die Geschichte ist komplett unvergültig. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hm? Okay, from the top. Schön. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley... Wait. Wait, what? No, I... No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over. Completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere, or a... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Let's find the story. Oh. Oh. Jetzt wird's spannend. Naja. It's an adventure. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you, there definitely was a story here before. Do we just... Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Ugh. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, yep. It's worse. I might be remembering this wrong. It's possible, the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Why don't we wait here? Let's see if we can get you out of here. Let's see if we can see if we can... La 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 Ja, in Stücke gerissen Hast und ins Feuer geworfen Nein, ich bin Immer noch Die Alte und immer noch auf deiner Seite Ach Jetzt komm schon Tolle Lampen Wirklich, könnte ich mir stundenlang ansehen Ja Und diese Pixel und Polygone Wow Such Polygons Amaze Very plant Ach verdammt Jetzt komm schon Das kann doch nicht sein Oh Gott, dieses Spiel Sofern man es Ich kann das leider alles wieder nicht lesen Sofern man es als Spiel bezeichnen kann Es ist halt wirklich eher Interactive Storytelling Naja Bringt wohl nix Aha I knew we'd miss something The story Here it comes Wir haben die Story gefunden No, wait Never mind Not the story Okay Let's head back the other way And retrace our steps Ja Wir laufen im Kreis Okay Ja Wie Gordon Freeman Hat wirklich aus einer halbwegs Vernünftigen Situation Plötzlich in die Eingeweide Der Angelegenheit Und In Orte Die wir sonst In einer Zumindest halbwegs Privilegierten Situation Nie zu Gesicht bekämen Und damit geht es In der nächsten Folge weiter